Meine Freunde, was geht? Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt mittlerweile einen Zweitkanal für Stream, Highlights, Reactions, Realtalk und sonstigen Kram. Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung und folgt auf jeden Fall bei diesem wunderbaren Twitch-Highlight-Kanal an, meine Freunde. Alle Links sind natürlich in der Videobeschreibung, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ciao. Ja, Leute, was geht? Mitten aus der Runde. Wir haben einfach vergessen. Auf zu dem Kelly. Lauf ruhig weiter. Kelly hat sie gesagt, den ersten Solo-Wid. Ey, das war legendary. Das war extrem stark, wie sie bis dahin gespielt hat. Das war wirklich legendary. Das ist jetzt die zweite Runde. Wir sind gleich schon Top 10, Leute. Wir schmeißen euch direkt ins Geschehen. Und in der nächsten Runde holt sie das Ding da wahrscheinlich safe. Ja, aber... Kelly hat mir eben lang und breit erzählt, dass die tatsächlich... Du siehst hier oben auch die Zone. Guck mal, da musst du rein, in diesen Kreis, ne? Ja! Oh, da hat jemand geschossen. Egal, nicht zurücklaufen, nicht zurück, weiterlaufen. Top 10, Kelly, ist das Goal. Da ist jemand, ich höre jemanden. Hier ist niemand, entspann dich. Ach, das sind meine Fußstrotte. Ganz genau. Du läufst ein bisschen falsch. Da vorne steht ein sehr verdächtig aussehender Schneemann, ja? Können natürlich jetzt nicht... Nicht mit der Schrotflinte auf die Distanz generell. Ach so. Oh, oh. Ich verstecke mich. Hier sieht mich keiner. Wieso? Geh weiter in die Zone, der Typ ist da hinten. Ah, da ist doch jemand. Feli, der ist hinter dem Stein. Ah! 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 Es war ein Hacker. Es war ein Hacker. Es war... Es war ein Hacker. Das war nicht Top 10. Du warst hinter, das ist nicht Top 10. Ne, du warst Elfter. Ich war Zwölfte. Du warst Zwölfte. Schade. Au, warum machst du sowas? Leute, also wie gesagt, das war eine kleine Introduction. Kelly hat mir versprochen, dass sie mir einen Solo in den Fortnite holt. Der steht ja immer noch bei mir aus. Kelly, such dir erstmal bitte einen Spinten-Skin aus. Das ist ganz wichtig. Einen Spinten-Skin. Einen Spinn. Guck mal hier. Elsa? Oh nein. Du bist doch ein Mäßig, ich dachte, du magst sowas, Alter. Oh mein Gott. Ich möchte den Fisch nehmen. Ja. Den hast du mir schon einmal gezeigt. Ich hab dir schon immer meinen Fisch gezeigt. Kelly meinte, dass sie es schafft, tatsächlich mir endlich meinen ersten Solo-Ring zu holen. I'm gonna kill all of you, bitch. Viele würden jetzt auch behaupten, Revi, das ist einfach nur ein richtiges Müllvideo, was du da zwischenschiebst, weil du gerade im Vorproduzieren bist. Willst du mich verarschen? Stimmt ja nicht. Wir haben uns hier voll das Konzept überlegt, Leute. Lasst mal lieber einen Daumen nach oben da und nutzt meinen Fortnite-Creator-Code-Revincer, damit ich im Januar auch überleben kann, bitte. Ja, schön, dass du dabei bist, Kelly. Dann erklär mir doch mal ganz was von deiner Strategie. Meine Strategie ist, ich sammle hier schon mal so viele Waffen wie möglich, damit ich die auf jeden Fall auch mitnehmen kann. Es funktioniert, ja. Kelly, an der Stelle dann auch erstmal hier Landing-Spot. Wo möchtest du landen? Am besten wieder außerhalb, oder? Happy Hamlet. Happy Hamlet. Dann setz mal deinen Marker so und dann kannst du mit Leertaste dann aufsteigen. Wo bin ich jetzt? Warte. Guck da. Siehst du den da? Da oben oder so? Boom, bitch, bitch. Nicht so viele Beleidigungen. Fisch ist dropping. Manchmal frage ich mich einfach, wie ich an diesen Punkt kommen konnte, dass meine Videos aus solchen Content bestehen. Aber es ist interessant, mal auch andere Leute. Kelly, wenn du auf den Markt landest. Wow, was ist das? Ich komme mir richtig Game of Thrones vor. Oh, was ist das für ein Radio? Ich benutze nichts. Okay, pass auf, Kelly, wir machen jetzt eine kleine Challenge, okay? Was für eine Challenge? Du gehst jetzt durch den Schnee als Schneemann. Warte, komm her, so. So, und jetzt nicht die Waffe nutzen. Guck mal, meine kleinen Holzarme. Das ist wie in meinem echten Leben. Das ist auch so kleine, verkrüppelte. Oh, ich kann die gar nicht nehmen. Okay, naja. Lauf mal einfach weiter, oder? Look at me. I'm running. Nee, es ist eine sehr starke Tarnung. Es ist sehr stark, also brauchst du aber auch nicht. Äh, der Wasserfall ist eigentlich... Ich würde fast schon sagen, dass wenn du jetzt da runterfällst, so viel falsch haben. Wie kann man so viel Geld haben, einfach? Ui. Das ist einfach... Guck mich an. Das ist einfach eine Demulation deines Lebens in Köln. I'm running. Ui. Okay, da würde ich jetzt nicht runter. Ich bin Schneemann. Guck, wenn du dich hinkniest. I see you. Aber da ist keiner. Der ist auf der anderen Seite. Achso. Der war da rechts, also... Sehen die, wenn ich mich drehe, oder? Ja, der war da vorne, der Typ. Da. Willst du weiterlaufen in die Zone oder nicht? Warte, ich überlege kurz. Okay. Alles klar. Gut, ich würde es hier nicht direkt rutschen. I'm running. Wie kann ich... What the f*** is happening? Äh, was ist das? Das ist ein Rift, das habe ich dir eben schon mal erklärt. Interessiert mich nicht. Okay, alles klar. Okay, und weiter geht's, Kelly. I'm running as a slow-me. Hier kannst du auch drauf schlittern. Da ist die Gegner vor dir. Denkst du, der erkennt mich? Ja, wenn du jetzt stillstehen bleibst, nicht. Hä, sieht der nicht, dass ich mich drehe? Doch, das schon. Achso, aber... Aber der ist dumm, glaube ich. Ich glaube auch, dass der dumm ist. Gut, jetzt kannst du rutschen. Denkst du? Wie kann ich jetzt rutschen? Ah! Wee, guys, I'm so quick! Ich bin the quickest snowman ever! Oh, uh! Wee! Sie ist einfach Platz 22 schon. Sie hat nichts geleistet. Hä, das kann ich selber bewerten, was ich geleistet habe und was nicht. Ja, extrem stark. Auch ein gutes Wappen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ich meine, jetzt muss ich mir wieder dem Ernst des Lebens widmen. Ja, also ich würde auch aufpassen, dass da vor dir keine Regner drin sind. Freaking snowman! Also du willst das jetzt einfach so weiterspielen? Du bist komplett in dem Modus, du bist ganz woanders gerade einfach. Okay, 21 Leute. Kelly, ich sag's doch hier nochmal. Top 10, du kriegst 5 Euro von mir. Oh. Eben waren's 50. Oh. Aber da hab ich gesehen, dass du es tatsächlich schaffen könntest. Jetzt geh ich auf 5 Euro. Hello, hello, darkness, my old friend. Möchtest du einfach hier ein bisschen jetzt wohnen und... Kelly, wenn du hier stehst, kriegst du direkt... I'm snowman! Du kriegst doch direkt einen Kopfschiff. In ein Haus! Jeder weiß doch, dass ein Schneemann nicht in einem Schadenaus spielt. Warum? Weil Schnee am Boden liegt und nicht in einem Haus, Kelly. Sicher? Vielleicht bin ich auch ein Plastik-Schnellmann. Das kommt von der anderen Seite. What is this shit? Das ist die Zone, das kennst du. Oh, okay. Das haben wir schon mal gesehen, Kelly. Du bist straight up wahnsinnig einfach. Es leben noch 14 Leute und die erste Zone ist noch nicht mal da. Was zum Teufel machen die diese Solo-Games? La 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 Du musst extrem weit laufen Du musst jetzt, warte, setz dir deinen Ma either Ich kann doch auch Das war das Geräusch, was ich gerade gemacht habe, alles gut La 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 Das wäre so heftig, das wäre so krank Tee Kelly, du hast noch eine Minute Zeit, du musst da hinlaufen Was ist mit deinem Gehirn los, Alter? Warte, jetzt zeige ich dir, was ich in meiner Hose gemacht habe. Stopp! Hast du das an deiner Hose gehalten und hältst du das jetzt an mich? Nein, hatte ich nicht. Einmal lauter Hosen einatmen. Eine Menge Luft im Kopf, ich merke das, ja. Komm da nicht wo. Sehr viel ADHD. Okay, warte, ich habe eine Therapiemöglichkeit. Ah! Hat nicht geholfen. Das ist ein Trampolin! Look at me, I'm saving myself! I will survive! I will survive! I will survive! I will survive! Hat dir nichts gebratet, weil du in die komplett falsche Richtung fliegst? Hat dir nichts gebratet! Kelly, du bist noch soweit von der Zone entfernt, du musst in die SPF! Kelly! Seite rum! Seh ich auch mal zurück? Nein! Also! In die Richtung, da wo dieses blaue Ding ist, da siehst du das, da musst du hinlaufen! Ist okay! Ich bin Top 10! Du schuldest mir 10 Euro! Ah, ah, ich steck fest, ich steck fest, ich steck fest, ich steck fest, nein, wieso steck ich fest, ich steck fest, das ist unfair, Fortnite, was, hä, du hast irgendeinen, du hast irgendeinen Bug, nein, das Internet ist ausgefallen, nein, nein, ich war so gut, nein, okay, Kelly, also die erste Runde, die lief schon extrem gut, Top 10 war schon mal drin, Du warst 8, ja, dein Skill-Content hat keiner handeln, weißt du, hey, beruhig dich, okay, Leute, ich muss mich wirklich echt für den Content letzten Tagen entschuldigen, ja, es ist killer, können wir auf dieses Video 300.000 Aufrufe mindestens haben, danke, oh, da ist ein Pool, nein, Kelly, da sind so viele Gegner jetzt, bitte, guck mal, das macht keinen Sinn, wenn du da hingehst, wirklich, okay, dann fliege ich weiter, ich wollte einen Pool, ich wollte einen Fisch, ich kann nicht atmen an dieser Luft, was ist denn, was ist denn nicht, Du bist heute komplett raus, Kelly, möchtest du mir vielleicht, deine, deine, warte, ich fütter dich währenddessen, okay, möchtest du mir kurz erklären, das ist, äh, das ist Hasenköttel, guck mal, ich bin trotzdem im Pool gelandet, da, Schneegranaten, nimm mal, und werf die mal, Jump and slide in, oh, es nehmen schon wieder nur 96, wie machst du das, wie bringst du alle Leute um, das kann doch nicht sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, deine spielerischen Skills sind absolut bahnbrechend, danke, Also, das bahnbrechend ist, wenn ich ihn zu kotze, ne, ist einmal Top Ten drin, Kelly, was sagst du? Äh, äh, hier, hier, Dalla, Dalla, Bill, yo, ich will lieber das so mitnehmen, oh, geil, danke, du hast diese Waffe zweimal nehmen, du hast nur Assault-Waffen, ist okay, meinst du, du kriegst es hin, einen zu töten? Dalla, Dalla, Bill, ja, ja, klar, Ey, mach jetzt, da vorne ist ein Gegner, du schießt nicht auf den, du schießt nicht auf den, der ist direkt vor, der läuft auf dich zu, Kelly, du musst auf dich schießen, warte, bis du nah dran bist, warte, bis du nah dran bist, er ist extremer Prop, er ist extrem schlecht, nimm die, nimm die vier, ihr habt die vier. Äh, keine Ahnung, wo der ist. Der ist da hochgelaufen, Kelly, nimm die, nimm die, nimm die Waffe, nimm die Waffe und lauf da hoch, der war extrem schlecht, er ist unter dir, er ist über dir, geh hoch. Ah, 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 oh mein Gott, ich glaub nicht, dass der mich umgebracht hat, der war so schlecht, der war echt so schlecht, der hat drei Kills, Kelly, das war der schlechteste Spieler der ganzen Welt. Guck mal jetzt, guck mal, was er jetzt macht, komm, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was er jetzt tut. Ja, und aber vielleicht ist er auch erst neu bei Fortnite. Guck, der hat nicht mal gebaut. Ja, und? Das war eine Kartoffel, Kelly, das war eine absolute Kartoffel. Du musst dich jetzt auch nicht so fertig machen, das finde ich auch unfair, dafür, dass ich dir Nacht einen Platz geholt habe. Leute, ich würde sagen, wir sind mit diesem Video durch, Kelly, ich bin extrem stolz auf dich, das hast du wirklich gut gemacht, 20 Minuten Aufnahme, das reicht an der Stelle, ich möchte euch da nicht noch mehr antun, meine Freunde. Wenn ihr Bock habt, eine weitere Folge von Kelly, holt mir endlich mal einen Solo-Win, Folge 432, 432 sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Oder rein, nutzt mein Creator-Code hier im Shop, da, hier, Item-Shop, unterstütze Creator, Gewinnzeit, annehmen. Haben wir auch so viele Kalorien? Ja, auf Wiedersehen, macht's gut, tschüss. Bis zum nächsten Mal.